Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Joa, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück in einer heutigen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Joa, letztes Mal wurden wir einfach gegen unseren Wehen kurzweilig entführt und stehen jetzt hier am Namda-Hügel, um unsere Rechte zurückzubekommen. Also, uns wurden Güterrechte entzogen und wir haben eine Heulenmission auf jeden Fall noch vor uns, in der Valdi mit eingeschlossen ist. Also, da Valdi und Alexandria scheiden Probleme miteinander zu haben. Und ich bin auf den falschen Hügel gerade erstmal raufgeklettert, sehr schön. Also, da oben muss ich jetzt hin. Wir sehen uns dort. Und ich bin auf den falschen Hügel gerade. Und ich bin auf den falschen Hügel chaptert, så bin ich hier nichts rim闊 weiß. Und ich bin auf den falschen Hügel gerade noch oft auch vor uns, Das ist die Spirits. Ich weiß, ich fühle mich gut. Ich werde es immer noch machen. Das ist die Spirits. 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 Was wäre das? Das ist die Spirits. Okay. Das war's für heute. die frau ist dann hat doch nicht mal alle tassen im schrank schuldigung wenn ich es gerade nicht geredet hatte hat mich gemütet die frau ist einfach nur wahnsinnig die frau ist richtig richtig mir ist so gutherzig danke nein ist es nicht ne die liste ist zu lang mädel hat doch ein rad ab wenigstens rang ab bleibt nur noch kurz aus dem bild hat keine seine klasse abgeschlossen ich würde sagen wir sehen uns dann gleich bei kolonie 30 wieder ne wir haben was zu besprechen die 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 an die 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 Vielleicht ein bisschen? Warum würde ich? Wir haben keine Grund für die Krieg. Du kannst du das nur, der denkt. Obviamente nicht. Wenn ich so, die anderen nicht mehr bringen würde. Du sie glaubst, nicht wahr? Just wie du. Right, Alexandria? Ja, natürlich. Okay, dann. Ich zeige dir das. Man merkt einfach, Alexandria ist nicht gut, auf Heidi zu sprechen. Ich hoffe, er wird nicht so oft zeigen. Ich liebe es. Wo ich schreien, da ist ein schwerer Nopon. Oh, sie sind nicht arbeiten. Sie sind nur ihre eigene Sache. Sie schnauben, wenn sie sie schlafen, sie sind, wenn sie sie essen. Manchmal einfach sie ausgehen. Aber sie sehen ziemlich busy. Was könnten sie machen? Also, hört mal an das. Ich habe es schon ein paar Zeit gedacht. Wir schauen uns auf eine kleiner, stärkere Levene zu construieren. Fokussend auf drei Pillaren. Durabilität, Serviceability und Ease of Use. In der Wahrheit, die ganze Prämie unserer Arbeit, wie fixieren Dinge, braucht es zu rethinking. Wenn du zu viele Featuren auf eine Levene zu tun hast, dann brauchst du mehr Zeit und Teilen, und es endet sich kostenlos und schwer. Nicht zu sagen, die Handlung. Also, aus der Cycle. Okay, jetzt calm dich. Huh? Aber ich war calm. Ich liebe diesen Mann schon. Diese neue Modelle ist wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Ich bin froh, dass du so denkst. Oh, hey, willst du mit uns arbeiten? Wir haben nur die Mitglieder für Projekt Bingo. Bingo? Das ist das, was ich nennen, diese neue Modelle. Ich dachte mir, und wenn ich es herausfinde, war es wie Bingo. Also, es ist das so. Das ist toll. Ich habe viel Zeit zu denken, über die Dinge, auch. Also, ich würde gerne ein paar Hands-On-Experienz, um wirklich zu verbessern, und... Gumbert? Von dem, natürlich, ich meine... Du hast irgendwelchen Uniten in einem Staat, die nahe zu completionen? Ich bin sicher, ich bin. Ich habe gerade mit einem solchen Uniten, in fact. Was meinst du, Freunde? Ich will dich. Sie ist in der Hänge. Ich meine, der Mekka-Freund? Oh, ich sehe schon, hier ist auch wieder Informations-Quest. Welche Leidenschaften, die er hier hat hat? Diese sind seine Freunde. Ich habe mich nicht mehr über das, das ist Valdi, was ich überrascht. Ja, weil die ist so... Ist ein eigener komischer Kauz. Ah, da ist sie. Was denn? Warte, warte, warte. Robobuddy ist ein Freund. Robobuddy? Hehehe, es ist dieser kleine Name. Wo hast du ihn abgeholt? Oh, sie war nach draußen. Sie muss es auf patrol, Mann. Hast du ihn in? Es ist nicht verraten Kevessi als Hostiles. Es ist nicht verraten, dass es nicht zwischen Kevess und Agnus ist? Aber warum würde das das sein? Ein Fehler in den Kontrollen? Es gibt keine Fehler hier. Und sie ist nicht verraten. Du bist mit Agnian-Technologie-Agnian? Keine Ahnung. Ich denke, ich schlaue, aber... Es gibt viele Sachen, die ich nicht verstehe da. Deshalb habe ich angefangen mit denen, die ich mache. Erstens. Die Frage, wie Agnian-Autolevs operieren autonomisch. Ich denke, dass es meistens mit Äther-Signalung ist, aber... Ich habe gedacht, wenn wir es unterbrochen, wir können sie auch mit ihnen transmitieren. Und zurück zu ihnen, von unserer Seite auch. Insofern... Ich habe Jahre altes auf meinem Gehirn über das. Aber wenn du siehst, wie identifizierung Freund- oder Foe, wird es sich verabschiedet. Warte, warte, zurück! Sie sagen, dass du es kontrollierst? Na gut, es ist nicht so genau, wirklich. Aber zumindest sind wir Freunde jetzt. Genau? Ist das wirklich wahr? Wenn sie wirklich auf die Möglichkeit haben, zu implementieren, das auf der Ebene... Ja. Es würde die Regeln der Entschließung auf ihre Hände zu spüren. Valdi, was hast du Robobuddy machen? Es ist nur ein Verbrechen von Materialien. Es ist in der Testphase, also wir halten die Dinge einfach. Und welcher Seite ist in charge? Das wäre die Bingo-Güse. Warum? Warum nicht ich dich direkt fragen? Du planst es, um es zu benutzen? Kein Weg. Ich würde niemals. Sie ist nicht für kämpfe. Ich habe sie Freunde mit ihr, um zu bleiben zu bleiben. Wenn das so ist, dann würde ich es sehen, dass du deinen Mark verloren hast. Dein Freund hat andere Pläne. Nicht kaputt machen, das macht Weidi-Klü-Nö, traurig. Und alter ist das Ding stark. Ich nehme mich lieber hier in den Angriff Plus rein. Jetzt schon ein Pass kaputt. Das Ding hält weniger aus, als ich dachte. Kaputt! So, mit dem Anruf. Smooth as always, Noah! Kaputt! Wobobuddy! Das macht euch klar. Niemand innerhalb der Kolonien 30 hat sich die Geräusche nicht verabschiedet. Verabschiedet? Was bist du? Schau mal die Karte der Kollektopädie. Du sagst, dass die drei Pillar für deine neue Levene waren Durabilität, Servizität und Verwendung. Ansonsten, dass die Materialien, die Robobuddy erzeugte, waren Wänen Lapis und Vinoleum. Eine Brüttel-Karte und ein sehr schweres Metall. Was sollten wir darüber nachdenken? Oh, du bist richtig. Das ist nicht das, was ich gefragt habe. Aber warte, Alexandria, wie du wissen, dass du unsere Karte der Kollektopädie? Ich fragte sie. Ich dachte, es könnte helfen. Und es sieht, dass ich richtig bin. Du hast eine Idee, wer der Karte sein könnte? Nicht überhaupt. Vielleicht ist es nur ein großes Verständnis. Nein, Robobuddy wurde sicherlich verabschiedet und uns verabschiedet. Das heißt, dass sie unter der Kontrolle von jemanden außerhalb von Valdi waren. Aber was waren sie dann? Kann es sein, dass sie einen Zutaten machen? Zutaten? Ja. 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 Im Übrigen, wenn die so miteinander reden, dann schneide ich das natürlich rein, aber ansonsten seht ihr halt nur den Endpunkt, weil das wird wieder so ein ätzend langer Weg. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Let's search the surroundings. No, hold on. Past there is... I didn't for a minute dream before the oldest trick in the book. Dear Ouroboros, how do we ever fear you? I know that Screech. It's the consul from Valdez. So he's alive? If I died so easily, I'd be a human. But as fortune has it, I... Hey! I'm still talking here! I'm sorry. I couldn't care less. How primitive can you get? You didn't really think you'd fooled me. No? Ha! I knew you for a Craven, Alex. You were plainly going to secure the retreat. Oh, so you do have two brain sa... Everything's... going numb. A very special liveness that was. Oh, it isn't fast acting, so relax. I formulated it for the water supply, you see. You're after... Colony 30. It doesn't matter so much where. The important thing is the water. It will soon become the object of the most vicious race! You worm! However, seeing as you're here, I might arrange a whole different playtime. We can create a tableau of your little act of betrayal. And see how you like it when you're the one being poisoned! Act of betrayal? Mother! Stop spewing your idiot lies! Oh, dear. You haven't told your friends, then. Well, then. I guess they're new friends of yours! Ugh! Ha ha! Too slow! Master Yi gave me the full lowdown already! This little mix, her surface of ambition, drove her to kill her old commander! She brewed up a poison to make him weak, then staged it like he died in battle! Even better. She made her accomplices, team leaders to shut them up! And they're still chumming it up today! Alex. He's telling the truth. I regret nothing. He wasted men and resources. Clung to outdated tactics. If his tyranny continued, Iota would surely have collapsed. Oh, how grisly! How ghastly! Never knowing when one might die in one's sleep. Unable to trust your friends. Hey, I go so far as to say they lost their trust in you. That's right. And so, I'm not asking you to trust me. You rose to some cheap bait there. That's not like you. Tyon! Everyone's got some husks in their closet. And as for me, I'm choosing to trust you. Oh, cut me! Part of our rematch. I hope this is for a perfect trap. You truly are the sick of us. Which makes two of us. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich erst um die Leftness zu kümmern. Das wäre, glaube ich, wirklich schlauer. Aber die halten ja auch wesentlich weniger aus. Der eine ist schon gut angeschlagen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der überlebt hatte. Ich dachte, er wäre damit mit der Maschine kaputt gegangen. Überraschung, auf jeden Fall. Okay, ein Teil ist jetzt gleich schon mal hinüber. Und natürlich als Ouroboros-Kommando. Jo, tausend Nadelstiche. Das war Schwägen, umzuwerfen. Der hat eine sehr hohe Resistenzen. Und das Gute ist, der andere hat ja auch was abbekommen, der Amadello. So. So, erst mal Schaden absorbieren. Er wurde geschleudert. Ach, komm! Den Effekt habe ich nicht vermisst. Ich kann gleich die nächste Amadeuskette machen. Oh, leg dich hin. Beste Schadensabsorber ist gerade unnötig. Also mache ich ja auch mehr Schaden. So, erst mal dich weg. Öfters habe ich das Gefühl, die normale Amadeuskette ist mehr wert. So, ich bin mir sicher, dass wir nie von Alexandria hier das Kettenkommando mal genutzt haben. Deswegen zeige ich das jetzt auf jeden Fall. Erhöht werden eine Amadeuskette, die Grit hat um 25%. Das klingt auch sehr nett. So, ein bisschen heilen. Da kam ja nicht viel dazu. Und Dämonenstrafe. Ich finde es mitunter eine der heftigsten Anglufe. und lohnt sich dementsprechend auch am meisten. Der will einfach nicht umfallen, der Typ. Mann! 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 konnte den letzten an doch nicht machen hallo er hält wirklich viel aus ich habe so wie immer den schaden ich glaube die angst könnte wird jetzt beenden so ich habe jetzt gerade 212 prozent sogar geschafft da oben das wird jetzt ordentlich schaden machen aber tatsächlich lebt er sogar noch ich habe mich mal nicht ins pild weil der ist jetzt sowieso schon sehr gut hinüber und tschüss ich sehe ein blindspot let me go you have to or you Alex you said it yourself you were counting on us this here's my friend so back off we're not done here what is this damn swindle that was too close for comfort you can say that again what the spark were you playing at i seriously thought you'd snuff it hey i trust you i knew you'd make it in time probably what on what basis well i didn't exactly have time to ponder it you smug little clod please don't write to me like that but why how can you do those things you could have died yes but that's just noah's way how have you survived this long if you're always so careless i'm telling you we count on one another that's how we've learned to do it perhaps i'm not explaining it right but in any case i think there's something rather elegant at the heart of it so that's what you call strategy i swear you or uroboros must be the most peculiar people i've met too peculiar to trust if you were i'd have been long gone thank you for trusting me right back at you let's get back to valde he's probably getting worried this was a schlacht a ordentliche im übrigen damit ihr mal wisst wie weit ich laufen musste ne einfach nur damit ihr es wisst da ist die kolonie und ich äh bei diesen spur missionen kann ich keinen äh schnellreise nutzen weil ich muss wirklich der spur folgen ich bin von hier aus hier dem weg hier hoch geklettert und den ganzen weg bis hier rüber gelaufen damit ihr mal wisst wie viel ich da rausgeschnitten habe ich bin so mindestens 10 minuten gelaufen das ist ein echt langer weg gewesen i'm sorry about putting you through that don't worry about it we've gotten a lot out of the bargain as well i assure you and i'm sure gambert has been absorbing it all like a sponge dame alex about that respectfully there's something i'd like to discuss if you please you want to stay here don't you how did you know the napon are staring well then valdi what would you say if i propose a temporary staff exchange gambert for one of your mechanics dame alex really i think it would be intellectually stimulating for both our sides all right sounds cool let me quickly talk to my buds dame alex what's what's brought this on pardon brought what on ah never mind we got the okay they say they'll move asap very good this should help foster better relations between our colonies what do you mean better we're already fast friends you're right i misspoke gambert come on gotta introduce you to everyone huh what now hey hang on well that's one thing taken care of right about that we won't tell anyone about what q said i mean it's not like you could get court marshaled for it at this point for the record though i can't say i approve of your methodology indeed if you try something like that again well we'll just have to stop you and then we'll put our heads together to come up with a less bloody way so no more agonizing alone got it that's that's reassuring if that's how you really feel then let us help you that is since we're friends now and all i i hmm thank you sure and thank you too wow that was for saving me earlier i hadn't had a chance to say it sooner you really didn't have to it would have eaten at me if i didn't i have to say i thought you were more chill than that alexandria aww she's actually kind of a sweetheart ain't she what are you making fun of me it's just a bit of friendly banter you'll get used to it in no time so she's learned how to open up a little good for her i see some relations have changed da interessiert mich jetzt hat er erstmal gedacht verantwortungslos könnten jetzt freunde werden ich will sein ich würde eigentlich die beziehung von ihnen und gambert gerne sehen bei gambert habe ich ja gerade gar keins ach wie leicht aktualisiert sich das jetzt noch schade dass man da nicht wirklich so einen text sieht inzwischen den kolonien ich würde gerne gambert hier finden der soll ja jetzt hier rumrennen weil die und äh unsere freundin hier alexandria haben doch bestimmt ein gespräch nee wie gesagt gambert würde ich schon gern suchen aber der ist ja jetzt hier oder nicht der müsste ja eigentlich auch farblich herausstechen ach wenn ich schon hier bin kann ich ja eigentlich was abgeben ich habe da lange zeit nicht nachgeguckt ja ein bisschen kann ich was abgeben ich kann viermal was abgeben auf jeden fall hier kann ich sogar zwei mal was abgeben ich denke mal da könnten wir den nächsten grad erreichen wenn ich das abgeben würde ich gebe das jetzt gerade aber mit absicht noch nicht ab wenn gambert hier nirgendwo rum okay leute gambert habe ich jetzt in beiden kolonien nicht gefunden vielleicht habe ich auch einmal noch die falschen tagesseiten aber was mich interessiert ich habe beide jetzt gerade im team und suche gerade alexandria vielleicht haben sie ja jetzt eine spezielle interaktion miteinander so wie bei juniper und ich hier kite okay einfach überhaupt keine interaktion ich habe mich hier übrigens schon umgeschaut also wie gesagt gambert nirgendwo gesehen bei dir erinnert sich nicht mal daran dass er die hier droschen hat ihn interessieren also nur seine robos so ich wollte jetzt zu kolonie 30 nochmal zurück damit wir dort auch beim nächsten mal anfangen können wir dann beim nächsten mal hier die sachen für den roboter abgeben haben ja jetzt wieder ein paar der sachen auf jeden fall leute ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen beim nächsten mal geht es hier in kolonie 30 ein bisschen rund und drüber das wird spaßig das wird lustig mit weidi ist es immer lustig also ja wenn es euch gefallen hat ab und ein like da lassen und wir sehen uns natürlich beim nächsten mal wieder ciao leute ciao leute ciao leute ciao leute